Hey, hey, hier ist der Wampendribbler und ihr hört Megafon 95, der Fortuna-Podcast. Natürlich mit mir, dem Wampendribbler, und natürlich auch dem Micha. Micha, alles gut bei dir? Natürlich, alles supi, dupi, haudi allerseits. Haudi allerseits ist irgendwie ein krasses Thema. Wir sind irgendwie mittlerweile der regelmäßige, unregelmäßige Fortuna-Podcast für News, für alles Mögliche. Deswegen teilt uns, zeigt uns, siebt uns. Überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr es auch finden. Natürlich wird uns eine iTunes-Dezension auch super helfen. Und dann könnt ihr auch Feedback dalassen, damit wir wissen, woran wir arbeiten können. Damit wir euch besser gefallen. Ja, Lügen darf man nicht sagen. Nee, Lügen darf man nicht sagen. Mein Zitat des Tages, wer es kennt. Wer es kennt, Daumen hoch und Kommi bitte, ja. Ja, Adam Bocek verlängert seinen Vertrag um ein Jahr. Eigentlich eine coole Sache. Ich finde ihn halt immer noch zu langsam für die erste Liga, aber was soll's. Ja, der ist irgendwie schwer in die Saison gekommen, aber mittlerweile finde ich den... Der ist immer noch schwer. Ja. Kommt schwer in die Saison, ist dann verletzt und geht schwer aus der Saison. Nee, aber ich finde, er hat zumindest so diese Zweikampfstärke und Dreckigkeit im Mittelfeld, die man manchmal braucht. Dreckigkeit. Ja, also so wie Freiburg gespielt hat heute, aber darauf kommen wir später zurück. Neue Wortkreation, Dreckigkeit. Bakok, gleich um ein Jahr verlängert, cleverer Schachzug, der war viel verletzt und wenn er gespielt hat, er hat schlechte Spiele gehabt, er hat sehr gute Spiele gehabt. Frankfurt will ihn nicht, wir wollen die Ablöse nicht zahlen. Also leihen wir den nochmal für ein Jahr aus. Genau. Finde ich super so. Ich finde, Bakok ist auch ein überragender Spieler. Er kriegt's halt noch nicht so auf dem Platz, aber ich glaube, der wird nächste Saison, wenn er hoffentlich nicht so viel verletzt ist wie diese Saison, wird er auf jeden Fall aufdrehen und eine gute Personalie im Kader sein. Die Frage ist halt, wer kommt denn noch so, also entweder auf der Außenbahn oder im offensiven Mittelfeld, okay, wir haben jetzt im offensiven Mittelfeld schon Thomas Plädel, gehen tut halt nicht wirklich jemand bis jetzt. Klar, die großen Money-Making-Transfers wie Stöger nach Rom für 8 Millionen, das wird noch bekannt gegeben, denke ich, irgendwann. Ich weiß nicht, ich glaube, Fortuna würde jeden Spieler für einen bestimmten Preis weggehen lassen. Die Frage ist halt nur, wo dann immer die Schmerzgrenze liegt für welchen Spieler. Also es kommt auf die Spieler an, aber zum Beispiel Kevin Stöger würde man für alles über 7 Millionen ohne eine Prämie abgeben. Also eure Meinung dazu gerne bei uns in die Kommentare oder unter diesen Post dieses Videos. Und dann geht es hier richtig weiter. Ja, das Spiel gegen Mainz ist das erste, was wir aufarbeiten wollen. So ein bisschen Mainz gewinnt durch den Tor von Mateta. Der Täter hätte ich jetzt von dir erwartet, weil das war sogar der große Aufmacher im Hinspiel. Ja, Luke Bakio macht dann das 1-1 und Unisivo macht dann das 2-1 und danach passiert nicht mehr viel. Luke Bakio verschießt noch einen Handelfmeter an Pfosten. Schieben wir die Handdiskussion irgendwie nach hinten in das Freiburg-Spiel oder wollen wir da jetzt kurz das Hand schneiden? Ja, wir können es gerne ins Freiburg-Spiel hinlegen, aber die eine Sache, die ich halt noch erwähnen wollte, war, praktisch nach dem Handspiel wurde er weitergespielt und dann hat sich Eihahn die gelbe Karte abgeholt. Und als der Elfmeter dann gegeben wurde, blieb die Karte von Eihahn bestehen und wurde nicht zurückgezogen. Zurückgezogen wäre sie nur geworden, wenn es halt als taktisches vollgewertet worden wäre. Aber da es einfach ein hartes Einsteigen ist, gibt es die halt trotzdem. Wo dann auch viele meckern, ja, warum zählt das, wenn es ja theoretisch die Spielszene gar nicht gegeben hat. Aber es ist natürlich so, wenn du dir als Spieler zum Beispiel jetzt hundertprozentig sicher bist, dass der mit der Hand dran war und du weißt, ja, der Schiri pfeift gleich, wenn der Videoassistent kommt auf jeden Fall, dann könntest du ja theoretisch einfach einen Spieler brutal von hinten umtreten. Wofür es eigentlich eine rote Karte gibt, aber die kriegst du dann trotzdem, obwohl es dann den Handelfmeter gibt. Sowas ist passiert tatsächlich. Der Spieler sieht halt, dass der Gegner im Abseits ist, der schießt das Laufen, der schießt das Tor und kurz vor dem Tor haut er halt den Spieler, den Pass gibt, halt massiv um. Und kriegt dafür dann trotzdem die gelbe Karte für das Foul, obwohl das Foul gar nicht passiert wäre, weil das Spiel abgefiffen war, weil er im Abseits stand. Und es ist ein bisschen konfus, wir werden das Ganze im Teil 1 oder Teil 2 unseres Saison-Reviews, wenn wir das besprechen. Wir werden jedes Jahr, letzten zwei Jahre schon fast, werden wir das Saison-Review in zwei Teile aufteilen. Wir werden einmal grundsätzlich über die Saison sprechen, da werden wir dann auch so ein paar Neuerungen zur nächsten Saison mit reinpacken. Und dann sprechen wir auch noch ein bisschen kurz über den Kader und wie wir denken, wie die einzelnen Spieler gespielt haben. Dazu kommt bestimmt nochmal in Facebook oder Twitter von uns, dass ihr da auch euer Feedback noch geben könnt, wenn ihr möchtet. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Und zu erwähnen sei noch, dann macht Mateta der Täter, macht dann halt noch das 3-1, die Kiste ist zu, Mainz hat sich damit gerettet vom Abstieg. Und ja, dann fuhren wir als Düsseldorfer praktisch nach Hause, um Bremen zu erwarten, die jetzt auch irgendwie gestern gegen Dortmund noch ein 2-3 gemacht haben. Super Spiel. Und wir haben allerdings 4-1 gewonnen, weil Bremen irgendwie müde war nach dem Bayern-Spiel. Und die haben gesagt, gegen Düsseldorf machen wir Frustabbau, wir werden Gas geben. Und ja, Micha, 4-1 für unsere Fortuna. Boom, tschakalaka. Ja, da ist Fortuna Boom, tschakalaka, ins Spiel gestartet, um es in deinen Worten zu sagen. Und hat nach, weiß nicht, 45 Sekunden das 1-0 gemacht durch Rahman, der dann halt eine super Flanke vom Suttner kriegt. Also den Ball mit der Brust annimmt, den irgendwie falsch annimmt, sodass er bald zu Henning springt. Henning spitzt den Ball durch und dann ist Rahman auf einmal durch und schießt das Ding rein. Ja, kann man mal so machen. Ja, das zweite Tor war dann von Karaman, der dann, ja, ich weiß gar nicht, 20. Minute ungefähr war das. Der dann irgendwie in der eigenen Hälfte im Pass, nachdem Bozek einen guten Zweikampf gemacht hat, kriegt Karaman den Pass von Bozek. Und Karaman rennt los und keiner greift den an. Und Karaman rennt weiter und rennt weiter. Er läuft und läuft, als wäre es ein VW. Und ja, dann am Ende macht er nochmal hier so einen Haken, lässt irgendwie zwei Bremer ins Leere laufen und schiebt den Ball dann locker ein. Wo ich mir dann auch dachte so, wo ich im Stadion war und dachte so, ja okay, jetzt kommt der Pass nach links. Ah, jetzt ist es zu spät für den Pass. Jetzt kommt der Pass nach rechts. Ah, jetzt ist es zu spät für den Pass. Und dann, oh, jetzt steht er schon beim Tor. Und dann macht er den einfach. Karaman war halt sehr Fokus getrieben, vertundet spielt es auf jeden Fall. Und da sieht man dann auch, wie er dann das 3-1 vorbereitet von Ron Hennings. Auch super gemacht, dass dann Suttner natürlich in der 73. und Jiri Pavleka nicht drankommt. Ist natürlich dann auch nur der Weltklasse dieses Freistoßes geschuldet. Und ja, das war halt Konfusion im Strafraum und dann hat er den Ball auf dem Fuß und macht dann einfach einen Vollspannschuss und kann man mal so machen. Ja, zwischendurch der Elfmeter für Bremen war zu dem Zeitpunkt halt ein glücklicher Elfmeter, würde ich behaupten. Also dafür, weil Fortuna eigentlich das Spiel im Griff hatte und dann ein klarer Elfmeter. Aber es kann ja nicht sein, dass jeder Elfmeter, den wir jetzt hier, oder jeden Elfmeter, den wir jetzt hier alle zwei Wochen oder Woche für Woche besprechen, halt irgendwie, ja, nur so ein halbes Ding war und wenn der Schiedsrichter dann per Hand, das ist ja scheiße, das geht ja nicht. Ja, aber der Bremen-Elfmeter war für mich ein klarer Elfmeter. Wo ich mir denke, warum sieht das, das war so ein klarer Elfmeter, wo ich mir denke, klar, der trifft den nur am Fuß und dann fällt er halt. Und dann ist es halt ein Elfmeter. Meinst du, die Schiedsrichter sind aufgrund des Videos für den Referees verunsichert und trauen sich nicht mehr, Entscheidungen direkt zu treffen, sondern sind eher dazu geneigt, ich warte jetzt doch nochmal ab. Und dadurch, dass sie halt sagen, ich warte jetzt nochmal ab, entstehen halt dann Fehler, wo dann der, auch der VAR, der Assistant Referee oder der im Keller sitzende, sag ich einfach mal, nicht mehr eingreifen kann, dann schon vorüber sind. Meinst du, dass das daran liegt, dass die nicht mehr den Mut haben zu sagen, okay, das war jetzt ein Foul, das war jetzt Abseits, das war Handspiel, der Ball war jetzt im Aus, der hat da jetzt irgendwie, keine Ahnung, den Freistoß doch zu schnell ausgeführt. Irgendwie wirkt das alles mittlerweile wischiwaschi. Oder sagst du einfach, ja, die Schiedsrichter wird es haben, jeder, der ein bisschen Kolinas Erben gehört hat, Podcast-Empfehlung, die sagen halt, es sind viele junge Schiedsrichter, junge Schiedsrichter machen Fehler, die haben keine Erfahrung auf Bundesliga-Niveau. Aber irgendwo muss es ja eine Lösung geben und keiner scheint sie zu finden. Ja, es war in der Szene halt einfach nur ein Zweikampf, wo der Schiedsrichter sich dann wahrscheinlich dachte so, ja, war halt jetzt nur ein normaler Zweikampf, aber dann sieht man halt in der Zeitlupe, dass der klar am Fuß getroffen wird und deswegen, ja, fand ich es halt in Ordnung, da einen Elfmeter zu geben. Ja, ich finde halt auch nicht alle Schiedsrichterentscheidungen jetzt so schlecht, wie sie aktuell gemacht werden, aber, weil viele Leute erwarten halt, dass es ein Videobeweis ist, aber es ist halt kein Videobeweis, sondern ein Videoassistent. Der beweist halt nichts, sondern das ist halt nochmal eine Kontrollinstanz, die halt nochmal zusätzlich kontrolliert und nichts, was halt, also es wird, glaube ich, nie im Fußball 100% alles richtig geben. Ja, aber das sind halt die deutschen Medien oder die deutschen Übersetzungen des DFB halt auch nicht greifend. Und sie ist ja auch in den TV-Einblendungen von der DFL, also vom DFB selbst als Videobeweis. Und im Englischen ist es halt nur die Assistance, also dann wird eigentlich nur in den englischsprachigen Medien VAR eingebildet, Video Assistant Referee. Also, ja, praktisch nur so viel zu sagen, wie der Typ da in der Seitenlinie steht und du sitzt da halt vor so einer schönen Screenwand, so wie wir das hier tun im Podcast-Studio, und er sagt dann über das Headset, oh, eindeutige Fehlentscheidung, würde ich jetzt behaupten, und dann geht er zum Monitor, guckt es an und dann sagt er, ja, war nichts. Ja, aber das ist ja nicht, der wird ja nicht nur rausgeschickt bei einer Fehlentscheidung, Theoretisch sollte es so sein. Also, die müssen auf jeden Fall einen Konflikt haben. Ja, genau, das meine ich ja. Also, nicht nur, wenn der Schiri dann sagt, oh, das war jetzt klar falsch, sondern das ist ja das, was viele verwirrt, wo dann, wo der Schiedsrichter dann rausgeschickt wird und der Schiedsrichter dann irgendwie nichts pfeift, sondern er sagt, ja, wir spielen jetzt trotzdem weiter. Das ist dann meistens so eine Situation, dann gibt es einen Zweikampf, und dann fragt der Videoassistent, fragt dann so, ja, hast du gesehen, dass der den irgendwie mit dem Ellenbogen im Gesicht getroffen hat? Dann sagt er so, nee, ich habe nur auf die Füße geguckt in dem Moment und dann guckt er sich das halt auch an, weil der halt den Ellenbogenschlag oder die Berührung am Gesicht oder am Oberkörper nicht gesehen hat und dann soll der ja auch rauskommen, wenn er halt eine Situation nicht gesehen hat und das ist, glaube ich, das, was viele verwirrt, weil manchmal geht der Schiri dann raus und guckt sich das nochmal an und obwohl es die gleiche Situation irgendwie wann anders nochmal gibt, dann guckt er sich nicht an, weil der mit der Kommunikation mit dem Videoassistenten dann sagt, ja, ich habe gesehen, dass er ihn am Fuß berührt hat, aber für mich war es kein Freistoß und der Videoassistent sagt, ja, okay, er hat ihn am Fuß berührt, aber das war jetzt, Graubereich muss man jetzt nicht geben, aber wo dann eben hingeht. Wir dürfen halt nur Kontakt aufnehmen, wenn es wirklich eine gegengesetzliche Meinung gibt. Sprich, du sagst, der Kontakt am Fuß war jetzt ausreichend für ein Hautspiel, weil der hat den noch mit dem Ellbogen am Rücken geschoben. Ich als schützlicher sage, so, nö, die Berührung, es reicht mir jetzt nicht, dann geht er nicht raus. Also dann geht er raus. Wenn der jetzt sagt, so, ich habe den Kontakt gesehen, meint vielleicht, das Beispiel hatten wir bei dem einen Bayern-Spiel, meint aber nur den Fuß und nicht den Arm und geht da nicht raus und dann war es vielleicht doch ein Elfmeter. Ich habe absolut keine Ahnung, eure Meinung dazu, gerne mal in die Comments. Ihr könnt es auch gerne in den E-Mails schreiben an Projektmiche von podcast.gimmel.com. Micha, gehen wir zum Freiburg-Spiel gegen die Fortuna. Es war am Ende ein 1-1, das war jetzt nicht wirklich ein tolles Spiel. Klar, es war so ein bisschen wieder das Gefühl, die Schiedsrichter benachteiligen uns. Ich weiß es nicht, es gibt vielleicht zwei Situationen, wo ich sagen würde, ja, wird der Schiedsrichter uns benachteiligt. Aber es gibt eine Situation, wo ich sage, boah, wo der Yannick Hanbar dann gelb-rot bekommen hat, da ein bisschen hart, da den mit gelb-rot vom Platz zu stellen in der 50. Minute. Ich habe keine Ahnung. Winchester Griffo macht halt den V-Elfmeter, irgendwer beim Fortuna, ich habe vergessen, er wird angeschossen. Hier, ich glaube, der Griffo geht in den Strafraum rein, ich glaube, das ist der Griffo. Und dann gibt es ein kleines Gerangel, ist falsch, aber irgendwie der Rahman trifft ihn an der Wade mit dem Stollen. Der Griffo fällt geschickt, sagen wir das mal, und dann gibt es den Strafstoß. Auf der einen Seite kannst du sagen, klar, es gab dieses Gerangel vorher, dieses Halten. Da gab es ja auch den Willen davon, vom Rahman da irgendwie an den Ball zu kommen, obwohl der Ball unerreichbar war. Und das reicht dann dafür aus, dass es einen Elfmeter gibt. Wir wünschen zu Griffo. Ich finde, bei der Situation hat man halt gemerkt, der Griffo springt halt hoch, aber anstatt, dass er hoch springt, springt er schon so leicht nach hinten, so nach dem Motto, ich warte darauf, dass ich jetzt berührt werde und lasse mich dann einfach fallen. Und Rahman ist dann halt, sage ich mal, in dem Sinne so doof und hält dann ein bisschen den Fuß raus, sodass der als Griffo in der Luft ist, den halt mit dem Fuß berührt. Und deswegen verliert halt Griffo das Gleichgewicht, weil er halt in der Luft ist. Und dann gibt es halt so einen Witz-Elfmeter, wo ich mir denke, ja, wir spielen trotzdem noch Fußball und nicht jeder Kontakt muss ein Elfmeter sein. Wir könnten behaupten, clever gemacht. Ja, das ist was, was ich auf jeden Fall über Freiburg sagen muss in dem Spiel. Die haben es richtig clever gemacht. Also, die haben, wie oft ich das gesehen habe in dem Spiel, ein Fortuna-Spieler, also der Pass kam und der Fortuna-Spieler wollte zum Ball. Und die haben einfach nur einen Fuß reingestellt und wenn der Fortuna-Spieler dann halt, sage ich mal, zum Ball gehen wollte und in dem Moment wurden die dann umgetreten. Und dann haben sie halt gemeckert, dass sie umgetreten wurden, wo ich mir denke, ja, ihr habt da auch den Fuß reingehalten, dann meckert doch nicht, dass ihr umgetreten werdet. Und deswegen haben die dann Freischlüsse gekriegt und das war irgendwie so ein, manche Leute würden sagen, ja, das ist clever und ich finde einfach nur, das ist einfach nur unnötig und nervig. Ja, dann im Gegenzug, ja, Gegenzug ist übertrieben, aber eine Rechte-Minute legt dann Kevin Stöger auf David Kovnatsky auf, der macht dann das Tor überragend, klatscht an die Unterlatte und dann geht er rein. War ein traumhaftes Ding. Ob es jetzt 8 Millionen sind oder 12 Millionen sind, allein für eine Ablöse, die man vielleicht für einen Drehmann kriegt oder wenn wir sagen, wir kriegen einfach nur die 15 Millionen, die man übrig hat durch die TV-Einnahme-Gedöns, den muss man, die 12 Millionen muss man halten, weil wenn der ein Jahr weiter so spielt wie jetzt, verkaufst du den mit 8 oder 9 Millionen Gewinn. Ja, also ich hab, ich hab die Hoffnung oder das Klügste, was Fortuna eigentlich machen könnte, ich weiß nicht, ob Genua da so Bock drauf hat, ist die Barcock-Option zu ziehen, also praktisch erstmal nochmal für ein Jahr Ausleihen, der ist ja jetzt erst, also der ist ja nicht mal ein halbes Jahr da, dass man den dann, sag ich mal, nochmal für ein Jahr Ausleihen, Zeit, dann hat auch Fortuna nochmal ein bisschen Zeit, um ein bisschen Geld zu sammeln, aber ich finde auf jeden Fall, Kovnatski sollte man auf jeden Fall halten. Er spielt zwar nicht oft, weil er hat halt momentan mit Verletzungen und dann gerade ein Kind gekriegt, das heißt, er hat momentan viel um die Ohren, deswegen setzt der Funke, glaube ich, auch jetzt noch nicht zu 100% auf ihn, weil er halt im Kopf noch irgendwie woanders ist, aber man sieht halt, wie bei dem Tor jetzt, er hat einfach eine Qualität, die halt über dem Rest oder über den meisten anderen aus dem Fortuna-Kader ist und deswegen sollte man ihn auf jeden Fall versuchen zu halten, ja, wenn man dann einen Spieler verkauft, dann gerne auch mal 8 oder 12 Millionen Ablöse zahlen, wenn man das Geld vorher reinkriegt, ob es jetzt nur, also ich glaube, am einfachsten, ich glaube, das ist auch die erste Option, die aktuell besprochen wird oder versucht wird, ist, einfach die Laie nochmal verlängern um ein Jahr, aber was draus wird, wird sich zeigen, weil Kovnatski ist ja auch sehr froh eigentlich in Düsseldorf, würde auch gerne bleiben, aber wie es halt so ist mit Verträgen. Ich denke mal, dass er bleiben wird, weil einer von zwei Topspielern, die viel Kohle bringen werden, würden gehen, entweder geht Rahman oder es geht Stöger, beide werden nicht gehen, denke ich nicht, ich denke nur einer wird gehen und beide werden ja irgendwas zwischen 8 und 15 Millionen gehandelt. Also, denke ich, sollte das schon drin sein, wenn du Qualität halten willst, ich weiß noch nicht, was ich von Thomas Plädel halten soll, klar, der hat jetzt letztens ein paar Spiele, nachdem er bei Fortuna bekannt gegeben worden ist, dass er da startet, in Ingolstadt wieder aufgedreht und ein paar Vorlagen, ein paar Tore geschossen, aber Zweite Liga ist dann doch nochmal was anderes als Bundesliga, da wirklich viel Qualität zu haben. Bei Plädel würde ich einschätzen, dass er ungefähr so eine Rolle haben wird, wie Morales bei Fortuna, dass er halt immer mal wieder spielt, immer mal wieder auf der Bank sitzt, immer mal wieder... Morales eigentlich nicht als Stammspieler, weil wenn Plädel kommt und Stöger geht und jetzt holen wir keinen anderen fürs Mittelfeld mehr, mal angenommen, ich halte weder Plädel noch für einen Stammspieler, genauso wie Morales, und wenn einer von beiden Stammspielern wird, haben wir zudem, was Stöger zumindest in der Rückrunde spielt, in der Hinrunde fand ich ihn trotzdem immer noch sehr unterirdisch, finde ich halt es trotzdem ein Qualitätsverlust, das ist so nicht so, dass du sagst, okay, mit ein bisschen harter Arbeit anderer Spielertyp, aber ähnliche Qualität, sondern das ist halt wirklich, ja, Freistöße, Pässe ist ein Qualitätsverlust tatsächlich, meiner Meinung nach. Ja, ich glaube, Fortuna wird auf jeden Fall noch zwei, drei, vielleicht vier Spieler holen, aber wahrscheinlich dann auch erst im, ich weiß nicht, wann ist die Transferphase zu Ende? Ende Oktober? Ende August? Ende August, ja. Also ich glaube, viele Transfers werden erst im August dann getätigt, jetzt werden, glaube ich, noch so ablösefreie Transfers gemacht und dann wird erst, sag ich mal, bis zur letzten Minute noch gepokert, weil Fortuna halt die Kohle nicht hat. Die ablösefreien Transfers sind eigentlich im Winter schon, also nach der Winterperiode schon eingetütet, so Ende Januar, Anfang Februar weißt du eigentlich, welche Spiele du ablösefrei verpflichtest, weil da die Verträge halt sind und die dann halt anfangen zu verhandeln. Natürlich bei dem einen oder anderen dauert es fast länger als bei dem anderen. Wir haben jetzt mal gut drei Monate bis Ende August, oder sagen wir vier, wenn du sagst Ende August, aber gucken wir mal, was passiert, vielleicht sind wir in der Saisonrückschau schon ein bisschen weiter mit den Neuvorstellungen für den Kader, ansonsten kriegt ja von uns auch dann zeitnah angekündigt, die Saisonvorschau vor dem ersten Spieltag auf jeden Fall, werden wir die rauskloppen und ja, im Spiel passiert nicht mehr viel, außer irgendwie ein nicht gegebener Handelfmeter, wo wir beide finden, dass der Spieler den Ball mit dem Ellbogen schon irgendwie weghaut. Schiedsrichter aber sagt, ja der Ballarm war ja angelehnt und die Bewegung ist ja dann auch scheißegal, wo dann ist halt nicht viel mehr passiert. Michael, ich weiß, du brennst darauf, deine Meinung dazu noch loszuwerden. Ja, ich fand, ich weiß nicht, irgendwie war es fast nervig so. Dann gibt es halt für einen kleinen Kontakt, gibt es halt den Elfmeter für Freiburg, wo ich mir auch denke, sowas musst du nicht geben. Aber wenn du so eine Linie verhalbst, dann musst du halt auch für den Zweikampf gegen Hennings, musst du dann eigentlich auch den Elfmeter geben, weil es halt genauso ein Kontakt war, nur dass der halt dann mit angelehntem Arm war, war halt aber ein Bodycheck. So, wo ich mir denke, ja, wenn du einen von beiden pfeifst, musst du beide pfeifen. Entweder du pfeifst beide oder du pfeifst keinen. Und dann, ja, wie du schon gesagt hast, das Handspiel, wo ich mir denke, das ist eines der klarsten Handspieler eigentlich, weil der hat den Arm zwar angelehnt, aber geht dann richtig mit dem Ellenbogen nach unten, sodass du richtig siehst, dass er mit dem Ellenbogen noch Richtung Ball geht. Und ja, wo ich mir denke, das ist auf jeden Fall ein klarer Elfmeter. So, und dann werden halt Sachen gepfiffen, wo der dann irgendwie den Arm ausgestreckt hat und dann dagegen geschossen wird aus zwei Metern oder aus einem Meter Entfernung. Das wird dann gepfiffen, wo ich mir denke, der kann ja auch nichts für, dass der da jetzt genau zufällig da den Ball hat, den Arm hat. Aber wenn man wirklich sieht in der Zeitlupe, dass der den Arm runterzieht, weil der sonst aufs Tor gegangen wäre, ja, weiß ich nicht. Meiner Meinung nach ist ja danach das Spiel ist ja auch angehalten worden, wegen der Ecke, die es danach gab. Ja, aber hat anscheinend nicht gereicht. Köln, also er hat ja mit Köln gesprochen und er war aber der Meinung, scheinbar augenscheinlich, das können wir jetzt irgendwie eine Stunde nach dem Spiel nicht sagen, aber er war augenscheinlich der Meinung, okay, das war eine natürliche Bewegung, Köln war es nicht, aber er geht auch nicht raus, um zu gucken. Sondern er bleibt halt seiner Linie und sagt, ich habe es genau gesehen, ich stand perfekt und für mich war es das nicht. Ich will das Spiel jetzt auch so ein bisschen rund machen, damit wir die Sendung auch in den Kasten kriegen, noch irgendwie ein Fortuna des Spiels oder irgendwie eine abschließende Meinung zu dem, was jetzt demnächst gegen Dortmund passieren wird. Ja, mein Fortuna des Spiels ist, ich muss sagen, beim Freiburg-Spiel war ich ein bisschen enttäuscht von Rahmann. Der hat halt, sage ich mal, nur noch normal gespielt. Dann ist man natürlich enttäuscht, wenn man gewohnt ist, dass er sonst immer gut spielt. Ja, die Luft ist raus. Ich denke, wenn er bei uns bleibt, dann wird er in der neuen Saison wieder Vollgas geben und sprinten, wie weiß ich nicht was. Wenn er nicht bleibt, dann macht er es hoffentlich für irgendwen anderen, nicht in der Bundesliga und dann sind wir alle gekriegt. Ja, und mein Spieler des Spiels, würde ich sagen, ist Kovnatski. Allein für das schöne Tor und der hat auch häufiger mal schöne Aktionen gehabt. Und ja, nächstes Spiel gegen Dortmund. Ja, die haben ihre Meisterschaft selbst vermasselt. Wenn Bremen gegen die 2-2 spielt, wir haben Bremen 4-1 gewonnen, dann kann man sich rein theoretisch ausrechnen, dass wir gegen Dortmund gewinnen werden. Dortmund führte 2-0 und dann war die Luft raus. Und dann kommt irgendwie Bizarro rein und der macht dann plötzlich in 5 Minuten innerhalb eines Tors arbeitet er vor und dann wird es gemacht. Und das andere Tor macht er halt dann selbst und dann steht es 2-2. Dann Dortmund kommt nicht mehr in die Fahrt. Bei Bremen ist auch irgendwie die Luft raus und dann spielen da halt zwei Spieler, äh, zwei Spieler, dann spielen sich halt zwei Mannschaften den Ball nach links und rechts vom Bildschirm aus und dann ist die Kiste auch gelaufen. Keine Ahnung, ich denke mal, Dortmund, wenn die ihre Normalform irgendwie finden und die Saison im Kopf noch nicht abgehakt haben, dann verlieren wir da 2-0, 3-0, so. Und wenn, wenn wir halt, wenn die halt sagen, okay, wir haben die Form abgehakt und wir wollen die Saison hinter uns bringen und ich habe keinen Bock, mich mehr zu verletzen, ich habe keinen Bock, im Urlaub auf Krücken rumzurennen, etc., 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 dann, ähm, ja, gewinnen wir. Ich glaube, ich glaube, das wird ein, äh, ein solides 2-2 gegen Hannover am letzten Spieltag. Da gibt es, glaube ich, noch mal, ähm, sag ich mal, da kriegt Hannover noch mal ordentlich einen auf den Sack und Fortuna gewinnt irgendwie 3-0, 4-1. Ja, weil ich glaube, Hannover wird dann schon abgestiegen sein. Richtig schön in die Fresse. Ja. Was hältst du über die Gerüchte von, äh, Markus Schubert, Torwart von Juna Dresden? Ähm, das wäre ein, ein Transfer, der genau nach meinem Gusto wäre, wie, wenn man nur schön sagt, weil es halt ein junger Torwart ist, den man ablösefrei kriegen kann. 20 Jahre, U20 Nationalspieler oder U21, ähm, Dresden hat ihn jetzt so ein bisschen aus dem Kader gestrichen, äh, weil er gesagt hat, ich verlängere nicht mit euch, ich habe Interessenten aus der Bundesliga, ich habe intern gehört, dass man, wenn man, wenn man keinen findet, dann verlängert man mit Rensing und Rensing ist sich dem auch bewusst. Rensing möchte allerdings gerne in Düsseldorf bleiben, also der sucht jetzt nicht außerhalb nach irgendwas, sondern er sagt, entweder ich spiele hier noch ein Jahr oder halt nicht, ähm, egal in welcher Rolle, das ist dem scheinbar egal, obwohl er eigentlich gerne Stammspieler sein will, aber, ja, nichts Genaues weiß man nicht. Weil, was Rensing angeht, ist jetzt, die letzten Spiele hat er ja gezeigt, dass er es kann, dass er, dass er besser spielen kann, als den Großteil der Saison. Ja, weil jetzt, wo es eigentlich um nichts mehr geht, Michael. Ja, das ist ja das, beziehungsweise es geht um seinen Vertrag. Wahrscheinlich hat ihn das auch nochmal motiviert. Und, ähm, ja, das ist dann, ja, wie soll ich sagen, ich finde, man könnte, mit Rensing im Verein zu haben, ist auf jeden Fall gut. Also, ich würde, ich würde mit ihm verlängern, aber mit ihm dann halt auch, ihm dann halt auch ein Gehalt geben, was halt einem zweiten Torwart entspricht. Oder wenn Wolf dann, ähm, zurückkommt, halt einem dritten Torwart entspricht. Dass, dass er dann halt mit dieser Rolle, die jetzt, sag ich mal, einen Droppenier hat bei Fortuna, dass er mit so, wenn er mit so einer Rolle klarkommt, kann er gerne, ähm, bleiben. Ähm, was Wolf angeht, habe ich gelesen, dass er Fortschritte macht und jetzt, ähm, wieder trainiert, aber halt individuelles Training hat, was heißt, dass er vielleicht zur nächsten Saison fit ist. Aber, den, den, äh, Schubert heißt er. Mhm. Ähm, den Schubert, wie gesagt, das ist halt genau ein Transfer nach meinem, nach meinen Wünschen. Einen jungen, talentierten Torwart oder einen jungen, talentierten Spieler ablösefrei zu holen. Dann zwei, also am besten mit einem Vier- oder Fünfjahresvertrag oder ein Dreijahresvertrag und nach zwei Jahren dann für, wenn er, wenn er sich dann so gut entwickelt, dann vielleicht für ein bisschen Geld abgeben und dann von dem Geld sich wieder einen jungen, talentierten Spieler holen. Ja, ich habe mal die Hoffnung, dass Fortuna diesen Weg in Zukunft gehen wird. Also Schubert käme ablösefrei, allerdings, ähm, mit so einem Vertrag wie Timo Hildebrandt damals bei, äh, Heske Hoffenheim hatte, äh, dass es ihn halt irgendwie 24, 25, äh, Spiele über 90 Minuten, ähm, in der Bundesliga garantiert oder irgendwie so ein Gedöns. Es ist halt, es klingt, es klingt banal, wenn du sowas ausformulierst, aber sowas ist tatsächlich im Profifußball gang und gäbe, dass sich Spiele sowas reinschreiben lassen. Ansonsten zahlt der Verein halt dann dementsprechend eine Vertragsstrafe. So. Hast du noch, ähm, ein Wort hier, um diese Episode abzuschließen? Ja, ich glaube, um, um die Leute zu motivieren, dass sie zur Europawahl gehen, das ist noch ein bisschen früh, ne, aber macht euch mal Gedanken zur Europawahl. Der Wahl-O-Mat ist online. Ja, der Morgens guckt jetzt wieder genervt, weil ich jetzt so ein Thema anschläge. Aber, ähm, Ich gebe es einfach nur auf dem Weg. Wählen ist gut. Ja, ohne Wertung so. Ich glaube, wer den Podcast hört, was meine Präferenzen wären, aber das muss ich euch ja jetzt nicht aufdrücken. Du musst die Präferenzen nicht sagen. Aber, ähm, Das kann man zwischen den Zeilen lesen. Aber ich habe jetzt einen, äh, einen schönen, äh, ja, einen schönen Podcast gehört. Ähm, ich, äh, rephrase es einfach mal, ohne eure Meinung tatsächlich zu kennen, aber jemand, der nicht wählen geht, wählt rechts. Und, ähm, das wollen wir alle irgendwie nicht. Ich, ich weiß, welche Partei ich wählen gehe. Also machen wir uns da alle ein bisschen locker. Machen vielleicht einen schönen Tag mit einem leckeren Stück Kuchen und Kaffee draus und gehen dann wählen. So werde ich das auf jeden Fall mit meiner kleinen Familie tun. Ja, ich mache es wie beim letzten Mal komplett verkatert mit Fortuna-T-Shirt da auftauchen. Aber ich weiß ja auch schon, was ich, beziehungsweise wahrscheinlich, äh, werde ich umschwenken, aber es wird trotzdem in die gleiche Richtung. Es ist ja schon scheißegal, aber Hauptsache ihr geht wählen. Äh, jetzt machen wir hier einen politischen Podcast raus. Ja, ich, ich bin da voll, voll drin eigentlich. Ich habe nur das Gefühl, dass du da nie Bock drauf hast, aber, ähm. Ich will mit dir nicht über Politik reden im Podcast. Das können wir gerne, äh, draußen bei einer Fischer oder einem anderen Format machen. Aber ich finde, ähm, wir müssen unsere Fans da nicht mit, mit irgendwie Blastie, wenn ihr Bock habt auf mehr Politik im Podcast, lasst uns das wissen. Schreibt uns das E-Mail in ein Projekt. Die Pizza, die Pizza, die Pizza. Schreibt uns ein E-Mail, schreibt uns ein E-Mail, ein Projektmeister vom Podcast.gmail.com Und, ähm, ich bin der Wampendribbler, äh, er ist der Micha, der Edgerinsky, 8 auf Twitter. Ich weiß gar nicht, wann ich meinen Namen, den ich mir im Podcast genannt habe, welche Episode ich damit aufgehört habe. Freut uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, Megafon 95, der Fortuna Podcast. Äh, nur echt, mit dem roten Stuhl. Und damit, äh, hau rein, Digger, Kuss auf deine Stirn und, äh, gut kick in die Runde. Walla. Walla, ich schau an Lahn. Gib ihm. Wer ist dieser Lahn und warum macht er so viele Partys? Das war ganz recht, aber auch. Oh Gott, Micha, unglaublich. Ich hab mit nem Witzebuch geschlafen. Ja, das schneidest du sowieso raus. Ja, ich schneid eh alles raus. Du schneidest alles Gute raus, was ich sage. Deswegen klinge ich im Podcast immer so, als wäre ich nur der Moderator und nicht ein Kompagnon, der eins gegen eins mit Fäusten gegen deine Meinung kämpft. Weil meine Meinung die richtige Meinung ist.